ich auch so let's go wenn jemand anderes mörder bin soll er mich bitte als erstes ist es immer so spannend immer so gehen genial finde ich immer so spaßig mit ich kann doch hier dritten entnehmen gehen bin ich blöd die weines die machen gleich märchen sie meeting sie ist auf den alarm ich mache jetzt ein task ich muss tatsächlich ein paar wieder dieses das spiel machen wenn ich nicht während dessen getötet werde das dauert so lange und da kommen es geschafft hat schon wieder jemand die türen zugemacht hier muss ich das nicht anmachen mich gerade rechtzeitig licht an das task hier und reaktionszeit mittlerweile habe ich verstanden was machen muss ich habe vorher ewigkeiten umgeklickt das darf ich sowieso nicht zu Ende machen weil gleich jemand kommt hier ich bin so schlecht hier noch eine elektricke mit kabel verbinden das hier kommt es muss ja anstehen habe ich trägt dann kommt es hier so strom na imposter hat jemand mein leicht entdeckt endlich natürlich wo sonst das bringt das hier so ist es muss auch schon schreiben das typische wo sonst der jammer umgebracht wird übrigens mit c geschrieben er kommt davon es gibt das ist wirklich das kann ich glaube ich nicht kann ich die sache nicht mehr aufheben weil die problematik die passieren die sabotagen so war das ich wollte dir was auf das hier was auf kappi meri ist in der nähe ich würde es sehen ok nein 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 da ist hinter kappi her und hat ihn eingesperrt kappi ist tot und selbst mal gemeldet alles klar so was von safe report ist eine wertetaktik um jetzt im poster nicht aufzufliegen na mary na mary du musst warten ich weiß dass du ein admin warst jetzt bist du raus natürlich war es nicht die impostoren die impostoren die betrügerin als man schon den gespräch dann richtig die betrügerin ich habe keine hand mehr als geist ich habe keine hand mehr als geist ich kann mir nicht die hand auflegen ich habe ein druck ich habe ein schlankes deko ich habe ein kleines dekno steht der grün jetzt auch mal eingetrudelt Da war der Lars mal wieder ein Poster. Ich habe mich gar nicht erwartet, dass du es gewesen bist. Hast mich in der Elektrik immer wieder umgebracht. Ich habe dich die ganze Zeit eingesperrt. Ich habe immer wieder die Tür geschlossen, dass da keiner hinkommt. Na Mary, kommst du wieder mit? Kommst du dazu? Was Bruder? Was Bruder? Was Bruder ist wieder da? Nein, mit schwarz nicht mehr. Ja, was Bruder hat da in schwarz? Dann nehme ich dunkelblau. Was Bruder? Tambora und Giorgio. Ich glaube. Man kann sich die Namen noch ändern. Man hat jetzt nicht immer Zwerge. Ich habe jetzt nicht immer Zwerge. Ich kann mich auch jetzt in den Poster umbenennen. Meine erste Runde habe ich auch noch unter dem Namen Imposter gespielt. Wir haben einen Player dabei. Auch der Standardname. Imposter und Player sind die häufigsten Namen, die es hier gibt. Ich spiele da mal auf Nerdjob. Was ist? Ja. Nein! K.B. ist nicht mehr unter uns. So ein Mist. Der muss auf. Gesundheit, auch wenn es nicht du wirst. Weil ich gerade nicht im Moment bin. Mary ist krank. Gesundheit, Mary. Gesundheit. Alle mal bei schreiben. Damit was auch fertig haben. Und jetzt den, der es gemeldet hat, rauswählen. Den Player. Genau. So muss das. Wer Emergence Meeting macht und nicht sagen kann, worum er es gemacht hat, der fliegt. So ist die Regel in Armung aus. Wenn ich sagen kann. Der heißt Player. Der ist ein Anfänger. Der weiß nicht was was gut. Der will immer gleich raus. Egal. Egal. Wenn du Emergence Meeting machst, dann musst du sagen, ich habe ihn töten sehen. Dann wirst du entweder trotzdem du raus gewählt. Ein wenig sachts und ja. Silberschuld. Ach schade. Gut. Oh, ich habe hier wieder diese Task. Die kann man überlegen. Das sehen. Da drüben wird gefeuert. Jetzt irgendeine Regelenden Alarm. Ich muss hier Meteoriten zerstören. Ich lasse ein paar durch, aber wir lassen Chaos hier. Task completed. Sehr gut. Navigation. Kabel verbinden vermutlich mal. Mittlerweile kenne ich es halbwegs. Viele Runden privat schon gespielt. Einige suchen. In der Aufnahme. Im Stream sowieso. Schilds. Hier gibt es das anzuklicken. Die Schilder aktivieren. Elektriker. Oh Mann. Eine Task an Elektriker. Blau ist tot. Also hellblau. Zyran. Zyran ist tot. Wo war's? Lars, wo hast du Zyran umgebracht? Nirgendwo. Du bist doch bestimmt wieder der Imposter. Musik. 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 Bei irgendjemandem spielt jetzt hier gerade Musik. Musik. Das war bei mir. Das war mein Handy. Mein Freund hat drang oben. Handy klingelton. Ja. Die Torhüter von Nürnberg. I saw you. Ja, wen hast du gesehen? Zyran abgebogen. Bayern. Was ekelhaft war. Wen hast du... Wen hast du... Was zum... Erwähn nicht das Spiel gegen Bayern. Aber wer ist... Wer ist jetzt? Wen sollen wir denn wählen? Marie. Warum nicht? Wenn du gesehen wurdest. Aha. Na dann. Wenn sie gesehen wurde. Ich war ein bisschen verführt durch den Chats. Der war ein bisschen... Na gut. Ich war doch nicht. Tja. Wenn Sanchi jetzt nicht reicht, hat er mir selber ein Lissler fliegt. Hm. Na dann. Boom! Security. camp... Da... ich finde eine Task. Erstmal was den Alarm erstellen. Marie hat sich wohl nicht gemutet. Na da... gehst du runter. Sehr schön. Ich habe hier eine Task von Leningen. Das ist ein Lars-Kill, der mich wieder grundverdächtigt, dieser Lars. Grundsätzlich. Grundsätzlich verdächtigt. Elektrik-Kill. Ich bin sowas von tot. Meine letzte Task, eine Elektrik-Kill. Das musste ja passieren. Es ist ja, ich habe es gerade noch gesagt, gehst du in Elektrik-Kill rein und Lars ist der Imposter. Ich habe es nicht. Ich sage einfach die Wahrheit. Und meine Task sind erledigt. Nee, warte, da ist noch eine. Hier wurde mir gerade noch eine angezeigt. Achso, bei Weapons. Ich sage, ich sterbe gleich in Elektrik-Kill und Lars ist der Imposter. Und was passiert? Ist ja klar, dass ich das sofort gewusst habe. Na los, wen wirst du jetzt das Nächste umbringen? Völkter Rask. Das hat jemand mal gleich entdeckt. Tja, gibt es keine Werte zu tun, mit dem ich alles chatten kann. Nein, da oder was. Wo denn? Nee, nee, wo? Wer? Ja, wer war es denn wohl? Wer war es denn da? Na, wer war es denn da? Na, wer war es denn da? Okay, bin ich verdächtig oder was? Offenhaus. What the fuck? Was passiert hier? Excuse me, Lars. Aha, 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 was? Was zum... Es wird aber pink raus. Es wird... Eine Violette wird rausgewählt. Natürlich war es nicht der Imposter. Gabriele. Aha. Ich kenne jemanden, der heißt Gabriele. Wird wahrscheinlich jetzt nicht der sein oder die. Ja, wahrscheinlich eher die. Nein, Lars. Was fliegst du hier für Tasks? Was stehst du hier so rum? Creme. Das geht Task machen. Tut es nicht so. Ah, nee. Den anderen haben wir schalten. Das Problem beheben wird. Beziehungsweise das Problem beheben. Lass das einen in den Namen ausschalten. Oha. Schon wieder der Lars. Da war der Lars schon wieder Imposter. Das zweite Mal in Folge, oder? Ja. Willst du nochmal ein drittes Mal in Folge werden? Oh, f***. Ich sage dann erstmal tschüss. An Mary geht. Na dann tschüss Mary. Okay, machen wir nochmal zu zweit. Mache ich mit Lars nochmal. Ein, zwei Runden. Bis Lars keinen Bock mehr hat und geht. Okay. Left. Ja, eine Runde oder zwei erschaffen wir noch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Kommst du nochmal mit hin oder schaffst es nochmal drauf oder ist dein Spiel jetzt komplett abgestürzt? Das ist komplett weg, das Spiel. Also spielst du nicht nochmal eine Runde mit, oder? Nö. Dann wird das nichts mehr. Na ja gut. Dann werde ich mich, glaube ich, auch mal ausklinken. Dann werde ich die Spanier mal unter sich lassen oder die Mexikaner. Eins von beiden Misses. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich nicht. Aber gut. Wenn mich darum so tatsächlich gefallen haben, lassen ein Abo da wenn ihr seid. Bis dann und ciao. Bis dann.